So meine Freunde, B-Monster, am Start für euch. Wir befinden uns immer noch im, wo sind wir eigentlich, im Pyroberg, genau. Haben immer noch keinen Geist-Pokémon, immer noch auf der Suche nach, ähm, Zwirrlicht. Haben in unserer letzten Folge unseren Steven gefangen, unser Rizoros, also Rihorn, Rizoros, Rihorn, ja. Und wir werden uns jetzt hier durchbatteln. Ähm. Gucken, dass wir alles hier gescheit auf die Kette kriegen. Und uns Geist-Pokémon fangen. Eventuell sogar diese Folge noch, wenn wir hier ehrfertig sind, ähm, unser Absol-Fang. Mal gucken. Äh. Schaffler. Ein Hochwander-Pokémon endlich Erdbeben beherrscht. Ist ja so schön. So, Steuerer weg. Hätte eigentlich auch, ähm, mein Voll-Pokémon vorne hinstellen können, mein Osman. Aber, nein, kein Zeitentausch. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Du bist, äh, Gift-Lieb. Ähm, wie stark ist denn Gift-Zahn? Gift-Zahn hat 50 und Gift-Diff hat, glaube ich, 80. Genau. Kein Gift-Zahn weg. So. 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 Vorne hier. Das ist nötig. Okay. Ach, scheiße. Na komm. Zwirlicht. Zwirlicht, Zwirlicht, Zwirlicht. Level 28 Weibchen. Wollen wir wohl nicht mitnehmen. Okay. Geisterdringer, Geisterdringer, Geisterdringer. Die sind eigentlich immer relativ, RELATIV einfach zu besiegen. Also fahre ich das zu Bier setzen. Ich hasse verwirrt sein. Auch Igelawa macht das gut. Wie in Kraft. Ich krieg die Töne zu. Man sieht aber auch, dass ich teilweise der von RELATIV bin. Eigentlich müsste ich noch mal vergrinden gehen. Aber who cares? Who cares? Wie geht's los? So. RELATIV, perfekt. RELATIV, perfekt. Die gibt's noch weiter. Sehr schön. Ach, Schuppie. Brauchst du schon Schuppie? Okay. So. Oh, Schutzband ist sehr schön. Das ist sehr, sehr nett. Super, Schutz. Krass. Meines Krasse ist halt, du hast ja halt Geist-Pokemon-Trainer, die halt effektiv sind gegen Psycho. Das ist aber Schwarzgürte, die effektiv sind, also nicht effektiv sind gegen Psycho. Und du weißt immer nie, was du nach vorne stellen sollst. Level 37, willst du mich denn verarschen? Prophet, komm. Was kommt denn nicht gerade um so eine böse Attacke? Überall und überall geht. Komm. Lebst du doch. Dicke, Dicke, komm. Sehr schön. Ich hätte hier wirklich mit der Sofa reingehen sollen, ey. Das ist mir Licht. Ich renne halt durch, um wirklich schon jeden Trailer-Kampf mit abzugreifen. Oh, das ist mir Licht. 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 Ich werde halt keinen Schuppé haben, was weiß ich, weil ich habe schon so viele Mega-Pokemon im Team. Und noch eins mehr wäre dann auch unsinnig. Und noch eins mehr wäre dann auch unsinnig. Die Musik ist einfach so göttlich. So. Dann müssen wir es nicht mehr mal gucken, weil hier ein Script für geschrieben wird. Das ist mir das größte Problem. Das ist mir das größte Problem. Das ist mir das größte Problem. Tag 2 Mmm-Tradion-Digzen mag, oder? Ah, ne. Was nennt sie noch? Das ist mir ein Horrorchritt. Das ist mir das größte Problem, das ist mir die Nummer zwei. I'm fucking hated. Marunbeere. Ne, du machst kein Beutel. Du machst den Ladungsstoß. Achso, ne. Machst du halt den Waldwechsel. Das ist gar nicht so einfach, jo. So, Giftieb. Ab geht's. Ab geht's. Da darf ich. Oh. Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Einsetzen auf. Ups. Komm, sei nicht verliebt. Siehst du das? Du verliebst dich, dann kriegst du bloß bei der Fresse. Schön. Perfekt. Pogern besiegt. So muss das sein. Haben bald ein Turnupto. Wir haben bald ein Turnupto. Gibt mir die 35. Sehr schön. Hey, ich brauche den EP-Tal momentan wirklich sehr. Man sieht ja. Kann ich sagen, dass ich schon überlevelt bin. Ähm. Supertrank. Ah. Schon mal lieber. Ja. Ja. Ah, der wird okay. War mir klar. War mir klar. Ach, nee. Oh, ich habe schon zwei Kommentare auf mein Route-to-Master-Video. Ah. Pummelow. Pummelow ist auch eins von meinen absoluten Lieblings-Pokémon immer gewesen. Einfach geil. Pummelow. So, Gift-Heap. Und genau deswegen hat man Gift-Pokémon meistens dabei. Tschüssi Pummelow. Haben wir jetzt immer noch keinen... Zu durchgefangen. Ich glaube das nicht. Schon okay. Pummelow. Mal weiß, wie ich das nebenbei fange. Wenn ich keines finde, muss ich mal den noch suchen. Das kotzt mich an. Ah, hier haben wir uns wirklich. Komm jetzt halt für den Menschen oder dann passt das? Mann, oh. Menschen, Menschen. Es sieht. Und dann krieg ich da. Wann kommt denn jetzt bloß bei ihm hier? Na toll, Herr Tusch, genau in die alte rein. Schön, 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 schön. Das passt, Herr Tusch, so wie du passt das Oreo. Ja, sprich, das purem Wechseln, tatsächlich. Es passt gerade mal, mit Xatu. Das ist ein geiles Pokémon, da hätte ich nie gedacht, dass Minun so stark ist. Ah, nein, ja, die Agilität brauchen wir nicht. Schlauch hat 37. Und immer noch Kids für Licht. Oh, ganz so kratzen. Oh, ganz so kratzen. Oh, ganz so kratzen. Oh, ganz so kratzen. Das könnte was werden. Potenzial, Ehen, Stern, Shadow Sneak. Wenn das jetzt noch ein Menschen ist, war es perfekt. Bitte, lass es ein Menschen sein. Lass es ein Menschen sein. Bälle, Hyperball. 31 ist auch ganz gut. Wir haben unser Zwirrlicht gefangen. Und dass es auch noch so ein gutes ist, das ist ja richtig krass. So, und unser Zwirrlicht bekommt von mir den Namen Riley. Nach meinem lieben Abonnenten Riley Steel. Steel passt halt, ne, weil es halt kein Staub-Pokémon ist. Aber Riley passt halt ganz cool. Also ich finde es ganz cool. Und ich möchte jetzt wirklich natürlich einspitzern geben. Damit wäre der nächste Abonnent im Let's Play verewigt. So wie es sein sollte. In zwei Folgen, zwei Pokémon gefangen. Perfekt. So finde ich das gut. So müsste es sein. Jetzt können wir weiter kämpfen. Wir haben das Pokémon gefangen, was wir fangen wollten. Wir haben unser Geist-Pokémon endlich da. Da geht es das nächste Mal noch auf Absol-Jagd. Sehr schön. Jetzt freue ich mich so ein bisschen. Na komm, mach's kalt. Oh, nein, das reicht nicht mal. Das reicht nicht. Na komm, du bist klein zu Käpt'n. Mach's das. Boah, ich muss ja echt oft meinen Rahmen ändern. Ich merke das schon. Wenn, wenn die dann immer komplett sind, dann ist alles gut. Auf elas sind schon mal ... Dann werden wir mal'n an. So. Können wir mal schon durch. Habe ich auch mal das völlig ungemein. Büsens Bluch. Team 30 Sputball, Team 61 Irrlicht. Joa. Wird sagen, läuft bei uns nach dem Kampf. Mommo Schluss für heute. Och, Mann. Ist doch so ein Abfuck hier. Und da ist das Simbesala, oder Kadabra, auch tot. Ähm, Captain. Schaufler. Und vielleicht noch stößt. Juckt da einen Captain nicht. Oh, es reicht sogar vorbei, ne? Cool. Sehr, sehr schön. Dunkelnebel, ne? Brauchen wir, ne? Fabianreichstelle 40. Fabianreichstelle 40. Fabianreichstelle 40. So, ich tu jetzt meine Pokémon schnell wiederbeleben. Und dann machen wir Schluss für heute. Vielleicht kommen wir dann in der nächsten Folge mal unser Trenupto zusammen. Ich muss dann unbedingt mal wieder Tränke kaufen, ey. Halt. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mal mit Trenupto. Wir haben jetzt in zwei Folgen Rihorn und, ähm, jetzt wird ich gefangen. Gucken, was es dann in der nächsten Folge gibt. Vielleicht fange ich dann in der übernächsten ab. So noch. Und, ähm, ja. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.